Hesse hat das schon damals geschrieben in Unterm Rat, 1920 war das, steht hinten drauf auf dem Klappentext, dies ist in etwa eine Anleitung für Eltern, Pädagogen und Erzieher, wie sie einen begabten Schüler am zweckmäßigsten zugrunde richten. Und als ich das Buch damals gelesen habe, habe ich gedacht, das könntest du an dir heute übertragen. Da bringen sich ja auch immer Leute bei ihm dann um und so. Das ist das Paradoxe, dass die Angst natürlich auch so ein Freund wird. Also man investiert eine Menge an Gefühlen, an Emotionen und man kann sich hinterher also ganz schlecht eingestehen, dass man falsch gelegen hat. Das ist also ein Teil dieser ganzen Dynamik gewesen, denke ich, von Anfang an. Und für die Kinder ist es natürlich so, erstmal das Hauptproblem, denke ich, sind gar nicht die Maßnahmen, die spezifisch für die Kinder irgendwann begonnen haben, sondern das Hauptproblem würde ich sagen, beginnt eher. Nämlich da, wo sie gemerkt haben, dass die, ich sag's mal, die Erwachsenen, die Eltern, die alten Waisen, also die Anführer des Rudels, des Familientrupps oder auch der Gesellschaft allgemein, dass die alle auf dem Trip sind. Was ist mit Kindern, die entsprechend keine sozialen Kontakte haben oder viel zu wenig soziale Kontakte haben oder die die Bindung, es gibt ja Eltern, die ihre Kinder dann weggesperrt haben. Jetzt war gerade in Amerika wieder ein Fall, da hat eine Frau ihren Sohn den Kofferraum gesperrt vom Auto, weil sie Angst hatte, dass er sie mit Omikron anstecken könnte und ist dann mit dem irgendwo stundenlang da irgendwo hingefahren und hat den dann abgegeben, weil sie gesagt hat, hier, nehmen Sie, ich will da nichts mehr zu tun haben. Wenn diese ganze Mimik und Gestik wegfällt, also wenn wir die ganze Zeit nur hier so ein totes Gesicht sehen, hätten wir beinahe gesagt, natürlich, die Augen haben auch eine Sprache, aber da ist ja und vor allen Dingen auch Berührung nicht mehr stattfindet, auch im Sinne von Ko-Regulation und so weiter, das ist natürlich sehr fatal, bis hin dann zum sozialen Austausch auch der Kinder miteinander, was ja für Kinder in der Entwicklung auch total entscheidend ist, wenn das auch alles nicht mehr stattfinden darf, plus dann eben diese Schuldkomplexe obendrauf kommen und das Kind damit alleine gelassen wird, dann kommt man natürlich auf solche Situationen, die ich auch vorhergesagt habe, vor anderthalb Jahren, wie wir sie jetzt haben. Ja, also da, es gab von der Uniklinik Essen ja diese Untersuchung aus 27 Kinder- und Jugendpsychiatrien, haben sie die Daten genommen, haben jetzt irgendwie in der Studie, ist noch nicht veröffentlicht, ist noch nicht peer-reviewed, aber die Aussage ist, wir haben einen Anstieg von 400 Prozent Suizidversuchen bei Kindern und Jugendlichen zwischen im Vergleich Lockdown 2 zu Lockdown 1 und das wird eben damit begründet, dass man sagt, okay, in Lockdown 1 hatten alle noch die Hoffnung, da wird noch was passieren, das bringt noch was und im Lockdown 2, das sich so wie so ein Kaugummi gezogen hat, da ist eben halt die Hoffnung passé, weil man irgendwie jetzt schon in dieser Situation ist, wo man sich eher in einer, wie soll ich sagen, Schockstarre befindet und das Gefühl hat, man kann dem Raubtier nicht mehr entkommen, so in Traumasprache und dadurch steigt diese Quote an. Es gibt in Österreich andere Aussagen von verschiedenen Fachleuten aus dem Feld, die sagen sogar, die steigern das sogar noch, die sagen sogar, alle Kinder, von allen Kindern sind irgendwie bis zu 40 Prozent aktuell gefährdet und laufen mit suizidalen Gedanken durch die Gegend. Und das ist ja die Zahlenspielerei jetzt hin oder her, was genau davon die Faktenchecker nachher noch übrig lassen, müssen wir gucken. Aber Fakt ist einfach, die Zahlen sind auf jeden Fall deutlich gestiegen. Die Triage, die man in den Intensivstationen befürchtet hat, sind also in den Psychiatrien eingestreten. Es hat noch nie weltweit eine derartige psychiatrische Überlastungssituation gegeben wie aktuell und das bezieht sich vor allen Dingen auf die Kinder- und Jugendpsychotherapien, Psychiatrien und ich habe von verschiedenen Leuten gehört, sowohl Betroffenen als auch Fachleuten, die in solchen Institutionen arbeiten, dass zum Teil Kinder, die jetzt nicht suizidal sind, werden schon gar nicht mehr aufgenommen. Also wenn das nur um Depressionen geht oder so, was ja so ein Vorläufer davon wäre, da sagt man schon, nee, tut uns leid, gucken Sie mal woanders und dann gehen die halt irgendwie versuchen, die dann auf Kasse irgendwo was zu kriegen. Und das war ja früher schon schwierig, wenn du akut was brauchtest, dann hast du da, ich sag mal, ein halbes Jahr oder so Minimum gewartet und das ist jetzt noch zum Teil extremer.